Wer hat es erfunden? Das Trash-Fernsehen. Schon im Oktober 1982 hatte Helmut Kohls Bundesprivatfernsehminister Christian Schwarzschilling die Erwartung geäußert, dass der Empfang der vielen Programme in den ersten Monaten wie eine Narkose wirken kann. Knapp drei Jahrzehnte später kann die Ernte eingefahren werden. Das Fernsehen mache dick, dumm, traurig und gewalttätig, bilanziert Familienministerin Ursula von der Leyen und Bernhard Vogel, als damaliger rheinland-pfälzischer Ministerpräsident ein Steigbügelhalter der Privaten, sieht das Kulturgut-Fernsehen in Gefahr. Tatsächlich, sexy Clips, Dschungelshows, debile Manga-Comics, Menschenhaltungsformate wie Big Brother, bizarre Dokufilme, Spielfilme mit Action und Tralala, auf der anderen Seite kaum Nachrichten oder anspruchsvolle Informationssendungen. Für Wertkonservative ist es eine Mixtur des Grauens, die sie da geschaffen haben. Denn wie zum Beispiel der Schmuddelsender RTL 2 die lieben Kleinen während des Kinderprogramms via Bildschirmtext auf Pornoseiten locken will, ist selbst für manchen moralresistenten Neoliberalen zu viel freie Marktwirtschaft. Black Girls, 19 Plus, glatt rasiert, eng und nass. Diese Oma verträgt alles, Transen stecken alles rein, wähl die Seite an und dann schön dein Ofenrohr polieren und so weiter und so fort. Erst als das NDR-Magazin ZAP diesen Lesestoff für die Kleinen ans Tageslicht bringt, verschwindet er aus dem Programm. Inzwischen belegen Studien, dass diese Inhalte zumindest die Jugendlichen verblöden. Je länger 10- bis 15-Jährige vor der Glotze oder der Playstation hocken, desto schlechter sind sie in der Schule. So viel könnten die Pädagogen gar nicht richtig stellen und beheben, wie das unterbelichtete Gesindel in Schmuddeltalks, Gerichtshows, Menschenzoos oder Events à la Deutschland sucht, anrichte. Allerdings sollte man die Dinge nicht auf den Kopf stellen. Unterschichtenfernsehen verblödet zwar gewisse Schichten mehr und mehr, aber es produziert sie nicht. Das Zweiklassenfernsehen, Niveauvolles, gibt es ja nicht nur bei Arte ebenfalls reichlich, kann zwar die Klugen klüger und die Dummen dümmer machen, aber es macht ja nicht die Armen ärmer und die Reichen reicher. Die Unterschicht wird von der freien Marktwirtschaft produziert und damit auch die Nachfrage nach Idioten-TV. Kritiker-Legende Marcel Reich-Ranitzki setzt bei der Verleihung des Deutschen Fernsehpreises im Oktober 2008 in Sachen Niveaukritik noch einen drauf. Er lehnt die Ehrung für sein Lebenswerk rundweg ab, nennt die ganze Veranstaltung Blödsinn und sagt über die teils unterirdischen Preisträger »Ich gehöre nicht in diese Reihe«. Dabei zieht Moderator Thomas Gottschalk seine ursprünglich als feierliches Finale geplante Ehrung sogar noch vor. Sein Kommentar dazu »Bei den durchweg peinlich-dümmlichen Einlagen hatte der Literaturpapst immer häufiger auf die Uhr geschaut, als wolle er jeden Augenblick den Saal verlassen.« Unterstützung erhält er von der ZDF-Buchvorstellerin Elke Heidenreich, die die Preisverleihung ganz unbefangen als hirnlose Scheiße identifiziert. Natürlich sei ein unterhaltender Abend für intelligente Menschen möglich, aber eben nicht bei ZDF, ARD, SAT.1 und RTL und schon gar nicht mit Thomas Gottschalk. Und weiter »Wie jämmerlich die dargebotenen Produkte und Arbeiten in der Mehrzahl waren, wie jämmerlich unser Fernsehen ist, wie arm, wie verblödet, wie kulturlos, wie lächerlich. Wieso darf ein Simpel namens Atze Schröder da vorn seine Possen reißen? Wieso wird eine unterirdische Sendung wie »Deutschland sucht den Superstar« zur besten Unterhaltungssendung gekürt? Ich dachte, was für eine Zumutung diese armselige, grottendumme Veranstaltung für ihn sein müsse. Die nominierten Filme und Serien seien in der Mehrzahl jämmerlich. Ihr Fazit? »Man schämt sich, in so einem Sender überhaupt noch zu arbeiten. Von mir aus schmeißt mich jetzt raus, ich bin des Kampfes eh müde.« Am 23. Oktober 2008 kündigten dann auch ZDF-Intendant Markus Schächter und Programmdirektor Thomas Belluth gemeinsam Heidenreichs Arbeitsvertrag. Religion Da 70 Prozent der Deutschen einer christlichen Kirche angehören, liegt hier ein wichtiges Feld der Massenverblödung. Wenn heute die Amtskirchen und erst recht Politiker von Christentum und Religion reden, dann denken sie natürlich nicht an philosophisches Gedankengut, wie etwa die erwähnte Papstenzyklika. Eher schon meinen sie im Sinne von Karl Marx Religion als Opium des Volkes. Aus Sicht der Herrschenden ist Religion nichts anderes als ein Mittel, die Bürger daran zu hindern, alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein verächtliches Wesen ist. Während der Papst als Wissenschaftler diesem Ziel durchaus positiv gegenübersteht, kommt es ihm als Volkstribun, unisono mit den Herrschenden, aber gerade auf Ablenkung von diesem Ziel an, auf Vertröstung ins Jenseits. So wurde hierzulande das christliche Menschenbild, das im Grunde ein weltumspannend anerkanntes humanistisches Menschenbild ist, zum neoliberalen Zerrbild. Die Deutsche Bischofskonferenz ließ sich von der INSM ihr Impulspapier »Das soziale Neudenken« schreiben, wonach Sozialabbau und Umverteilung von Arm nach Reich, der Wille Gottes, und Kritik daran ein Neidkomplex sei. Demgegenüber forderten sogar Jesuiten wie der Ethik-Professor Friedhelm Hengsbach, »Die Kirche solle lieber das neue Sozialdenken« und christliche Politiker wie Heiner Geisler fragten, »Was würde Jesus heute sagen?« Wie ernst es der Amtskirche mit der Verblödung ist, zeigt der vom Vatikan völlig ernsthaft betriebene Exorzismus, den der offizielle kirchliche Teufelsaustreiber Don Gabriele Nanni bei Kerner vorstellte, sekundiert von einem Bildschreiber, der zum Besten gab, »Ich bin überzeugt, dass es den Teufel gibt. Ich habe es selbst gesehen.« Auf diesem Bildkernerniveau erklärt dann der Vatikan seit jeher jeden nicht sofort erklärbaren Mist zum Wunder und hat bei den Deutschen bis heute Erfolg. 56 Prozent glauben tatsächlich an Wunder. Besonders dankbare Opfer für derlei esoterische Sperenzien scheinen die hochreligiösen Menschen, zu denen laut Bertelsmann Stiftung jeder fünfte Deutsche zählt. Hochreligiöse Fußballer bekreuzigen sich und meinen, beim Spiel München gegen Petersburg würde Gott auf ihrer Seite stehen, weil sie mehr Getaufte im Team haben. Wenn hochreligiöse Lottospieler den Jackpot knacken, glauben sie, Gott persönlich verschaffe ihnen leistungslosen Reichtum, während er in Afrika Kinder verhungern lasse. Vor allem Hochreligiöse treten für Kreuzzüge gegen den Islam, für Folter und sogar Präventivtötung von Kritikern der freien Marktwirtschaft ein. Kurzum, gerade hochreligiöse Christen praktizieren so ziemlich das Gegenteil dessen, was ihr eigener Gott, der überlieferte Christus, erzählt. Auf Erden alles abgreifen, was bei drei nicht auf den Bäumen ist, und gleichzeitig in den Himmel kommen. Das ist Selbstbetrug und Massenverblödung gleichermaßen. Jesus nämlich, den viele unserer Politiker, Wirtschaftsbosse und Dividendenmilliardäre vorgeblich für Gottes Sohn halten, sagt laut Neuem Testament relativ eindeutig, Es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, als dass ein Reicher ins Reich Gottes komme. Und wäre ein heute lebender Jesus nicht längst ins Visier von Innenminister Schäuble geraten, wegen der verfassungsfeindlichen Worte Wehe euch, ihr Reichen, denn ihr habt euren Trost schon gehabt. Wehe euch, die ihr satt seid, denn ihr werdet hungern. Wehe euch, die ihr jetzt lachet, denn ihr werdet trauern und weinen. Vor allem die Bergpredigt und die vielen Passagen über die Nächstenliebe und den schweren Weg der Reichen ins Paradies erklären die neoliberalen Christen faktisch zu belanglosen Karnevalsscherzen Gottes. Außerdem habe Jesus die Sachzwänge der Globalisierung noch nicht gekannt, ebenso wie sein Vater noch nicht wissen konnte, dass die Zehn Gebote als ökonomische Kalkulation zu betrachten seien, wie erst Ethikprofessor Karl Hohmann dem Allmächtigen beibrachte. Dass es sich bei dieser Art Christentum in Wahrheit um hirnverbrannten und teilweise gemeingefährlichen Aberglauben handelt, bestätigt auch eine Aldensbach-Umfrage, wonach jeder zweite Deutsche an Glücksbringer wie vierblättrige Kleeblätter oder Sternschnuppen oder an Unglücksboten wie die Zahl 13 glaubt. Damit sind mehr Menschen dem Hokus-Pokus verfallen als vor 25 Jahren. Tendenz steigend. Dies wiederum wittern die Geldmacher als Goldgrube. So schreibt das neoliberale Bollwerk Bertelsmann Stiftung, hohe Religiosität scheint eine große zivilgesellschaftliche Ressource zu sein. So übten nur 19% der Nichtreligiösen und 26% der Durchschnittlichreligiösen, aber 43% der Hochreligiösen ein freiwilliges, unbezahltes Ehrenamt aus. Die Jugendoffensive verläuft allerdings ein wenig zäh. Seit der erste ökumenische Kirchentag 2003 in Berlin mit dem Event Woodstock in der Waldbühne auch die werberelevante Zielgruppe 14 bis 49 anpeilte, fällt bei allen derartigen Veranstaltungen das Werbewort Woodstock. Und die Rentner von morgen nehmen diese Treffen auch gern mit. Auf dem Weltjugendtag 2005 in Köln feierten sie sogar den Papst. Aber Köln ist nicht Hameln. Und so zweifelten selbst Kirchenoberer, ob das Ganze auch ein Sieg für die verlogene Sexualmoral und die Flucht aus der Realität war. Die Parallelwelt Die heutige Variante des Programms Brot und Spiele ist aber durchaus ein zweischneidiges Klappmesser. Einerseits kann die Flucht in Traumwelten jene Spannungen und Aggressionen abbauen, die sich durch den Alltagsfrust ansammeln und aufstauen. So sind altersarme Senioren, herumgeschubste Sekretärinnen, zukunftslose Schüler, existenzbedrohte Kleingewerbler und gedemütigte Hartz-IV-Empfänger bei Pilcher oder PC-Spielen in Fanclubs oder Sekten besser aufgehoben als bei Gewerkschaften, Bürgerinitiativen, politischen Gruppen oder Demonstrationen. Hier im Nirwana können sie ohne Gefahr für die Reichen und Mächtigen die Regeln und Normen der Gesellschaft, also die des Marktes, außer Kraft setzen und sich eine gerechte Gesellschaft oder wenigstens ein besseres Leben zurechtfantasieren. Andererseits besteht die Gefahr, dass Tagträumer ihre wunderschöne Parallelwelt in Realität verwandeln wollen. Wieso soll man nicht das Leben der Reichen und Schönen durch Eigentumsdelikte ansteuern? Wieso nicht den Respekt der Gesellschaft nach Django-Art erkämpfen? Und wieso nicht den angeblichen Willen Gottes durch Attentate gegen Abtreibungskliniken, Morde an Homosexuellen und Jagd auf Ungläubige durchsetzen? Jedenfalls erweist sich die Hoffnung, dass Realitätsflucht zwangsläufig als friedliche, individuelle Vereinsamung und soziale Isolation auftritt, ebenfalls als Tagtraum. Denn weil eben nicht das Kapital arbeitet und Werte schafft, sondern man dafür noch immer menschliche Arbeit benötigt, ist das Geschrei groß, wenn Jugendliche für Leerstellen, ausgegliederte Arbeitslose für geregelte Jobs und geringqualifizierte für anspruchsvollere Tätigkeiten ungeeignet sind. Nimmt man dann noch den Umstand hinzu, dass die heutigen Witzfiguren namens Eliten dieses Spannungsfeld zwischen Verblödung und Brauchbarkeit im Wirtschaftsprozess größtenteils nicht einmal intellektuell erfassen, dann nähert sich die Gesellschaft immer mehr dem Tanz auf einem Vulkan. Bildung Das wohlklingende Gerede von der Bildungsgesellschaft ist in erster Linie ein neoliberaler Taschenspielertrick. Er weist nämlich dem Einzelnen die alleinige Verantwortung für sein Schicksal zu und nimmt die Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung völlig aus der Schusslinie. Wer einen schlechten oder gar keinen Job hat, der hat eben nicht genügend oder das Falsche gelernt. Selbst als die Blase der New Economy platzte und Hunderttausende von fachlich gut ausgebildeten Akademikern auf die Straße spülte, war nicht die Finanzwirtschaft schuld, sondern der Hochschulabsolvent. Fragt man nämlich einen Koalitionspolitiker nach Chancengleichheit bei der Bildung, so sieht er einen an, als habe man ihn aufgefordert, all sein Hab und Gut den Armen zu schenken. Nicht zufällig ist das Jammern über die Bildungsmisere so alt wie die Aufklärung. Statt auf irgendwelche Götter zu vertrauen, sollte der Mensch den eigenen Verstand benutzen. Schon bald aber wurde unter dem Schlachtruf »Wissen ist Macht«, die Bildung unter der Hand zur Ersatzreligion, zum Vehikel, mit dem Unterschichten, Frauen, Migranten, Außenseiter, Behinderte und unterdrückte Minderheiten integriert werden sollten, und zum Zaubermittel, mit dem Vorurteile, Diskriminierungen, Arbeitslosigkeit, Hunger, Aids, Inhumanität und Völkermord verhindert, die Herausforderungen der Zukunft bewältigt und nebenbei auch noch Kinder glücklich und Erwachsene beschäftigungsfähig gemacht werden sollten. Dies ist natürlich völlig unmöglich und auch nicht ernst gemeint. Die simple Logik sagt, dass Systemverlierer, die über Politik und Wirtschaft wirklich Bescheid wissen, gar nicht im Interesse der Reichen, Mächtigen und schon gar nicht der weitgehend selbst im Nebel stochenden politischen Klasse sein können. Stattdessen wird eine Bildung angesteuert, die einerseits nur im Besitz einer kleinen Oberschicht ist, andererseits aber als Bildungsziel und Maßstab für das ganze Volk gilt. Klassenbildung Unser weltweit fast einmaliges dreigliedriges Schulsystem ist ein wohlbehütetes Erbe der Ständegesellschaft früherer Jahrhunderte. Noch bis 1964 hießen die drei Schultypen völlig korrekt Volksschule für das Volk, Mittelschule für die Mittelschicht und Oberschule für die Oberschicht. Die Umbenennung in Hauptschule, Realschule und Gymnasium war nur alter Wein in neuen Schläuchen. Noch immer verewigt das Schulsystem die bestehende Ungleichheit der Gesellschaft. Viel früher als in fast allen anderen Ländern werden bei uns schon die 10-Jährigen selektiert. Selbst der OECD-Wirtschaftsbericht für Deutschland forderte im April 2008, man solle mit dieser frühen Aufteilung endlich aufhören und die Haupt- und Realschulen zu einer Schulform zusammenlegen. Momentan nämlich entscheiden logischerweise die Eltern und nicht die Begabung. Gerade diejenigen, die sich bei orientalischen Zwangsehen vor Abscheu schütteln, halten es für normal, dass auch im dritten Jahrtausend die Eltern die Schulbildung und nicht selten auch den Beruf und sogar den Ehegatten des Kindes zumindest genehmigen. Man denke nur an den keineswegs immer nur als Floskel gemeinten Spruch, darf ich um die Hand ihrer Tochter bitten. Und noch heute gelten in manchen Kreisen jene schwarzen Schafe, die nicht den Betrieb des Vaters übernehmen, sondern zum Beispiel Künstler werden, als gefühlskalt und undankbar. In bundesweit 5000 Schulen werden 1,5 Millionen Hauptschüler unterrichtet, etwa 15 Prozent aller Schüler. Aber nur ein Zehntel aller Eltern sind damit zufrieden, dass ihr Kind die Hauptschule besucht. So werden häufig hochbegabte Underdogs von den Lehrern nicht für das Gymnasium empfohlen, indem die Bessergestellten ihren Nachwuchs selbst bei Schuhgrößen IQ mühelos unterbringen. Kein Wunder also, dass nach wie vor Akademikerspresslinge eine fast siebenmal so große Chance auf eine höhere Schule haben wie Facharbeiterkinder, ganz zu schweigen von den Kindern mit Migrationshintergrund. Nur 18 Prozent der Ausländischen, aber 40 Prozent der deutschen Schüler besuchen ein Gymnasium. Auf den deutschen Gymnasien finden sich viele, die dort eigentlich nicht hingehören. Und unter den Handwerkern und Arbeitern gibt es viele, die das Zeug zum Akademiker gehabt hätten, hätte man sie rechtzeitig gefördert. Inzwischen hat sogar schon die UN-Menschenrechtskommission die deutschen Faxen dicke. Im Februar 2006 reist die Sonderberichterstatter für Bildung, Werner Muñoz, durch das Land der Dichter und Denker, um sich ungeschönt und persönlich über die Umsetzung des Rechtes auf Bildung zu informieren. Abgesehen von seiner vernichtenden Kritik am Schulsystem hatte er noch viele andere peinliche Fragen. Wieso fallen tausende Schulverweigerer ganz durch das Bildungsnetz? Warum beendet jeder zehnte Jugendliche die Schule ohne Abschluss? Was ist mit dem Recht auf kostenlose Grundbildung, wie es die Menschenrechtserklärung von 1948 fordert? Wieso ist auch nach Pisa und der neuen Erkenntnis über die Bedeutung der ersten Lebensjahre für die Bildung der Besuch von Kindergärten noch immer kostenpflichtig? Wieso werden sozial Schwächere bewusst und planmäßig schon allein dadurch aussortiert, dass bereits in der Grundschule Arbeitshefte, Bücher, Klassenfahrten bezahlt werden müssen? Besonders scharf kritisierte Muñoz die Föderalismusreform. Wenn die höhere Ungleichheit als Preis der höheren durchschnittlichen Schülerqualität angesehen werden könnte, ließe sich das deutsche System vielleicht noch rechtfertigen. Da dieses System jedoch die Ungleichheit vergrößert, ohne den Durchschnitt zu verbessern, gehört es in den Abfalleimer der Geschichte. Wobei sein Hintergedanke durchaus marktradikal ist. Weil ein jeder wüsste, dass auch seine Kinder eine faire Chance zum Aufstieg haben, könnte er sich sehr viel eher mit den wirtschaftlichen Segnungen eines liberalen Gemeinwesens anfreunden. Bildungsalarm Im wahren Leben aber wird der Bildungskatastrophe anders begegnet. Nach dem Pisa-Schock Privatschulen in Deutschland boomen, meldete Spiegel Online schon im März 2005. Ein Musterbeispiel ist in diesem Zusammenhang die Forms AG mit bundesweit geplanten 40 Filialen. Natürlich wollen die 24 Investoren für ihre bislang insgesamt 800.000 investierten Euro Traumrenditen sehen. Und die Führungsklicke hat in der Tat Erfahrung mit der schnellen Abzocke. Initiator und Aufsichtsratschef Alexander Olek war vorher Vorstandsboss der Biotech-Klitsche Epigenomics. Mit dabei sind der Chef der Sony BMG Rolf Schmidt-Holz und Antonella May-Pochtler, Seniorpartnerin der Boston Consulting Group. Dort arbeiteten früher auch Bea Beste sowie Ulrike Senf, die als Human Resources Managerin für die Schulkette nach Top-Pädagogen sucht. Ein Schulgeld von über 1000 Euro pro Monat soll sicherstellen, dass der verhätschelte Nachwuchs der Möchtegern-Oberschicht weitgehend unter sich bleibt. Um einen sozialen Mix vorzutäuschen, soll auch eine Handvoll Unterschicht-Kinder zum Schnäppchenpreis von 333 Euro zugelassen werden, die wie die Affen im Zoo den Mittelschichtskindern als lebendiges Anschauungsmaterial dienen sollen. Freie Fahrt also für die Marktteilnehmer, die 1000 Euro Schulgeld locker aus der Schwarzgeldkasse zahlen und weiter ab nach unten für das gemeine Volk. Die Frage ist allerdings, ob die marktradikale Clip-Schüler-Logik Privat ist immer besser als staatlich, wenigstens im Bildungsbereich zutrifft und mehr noch, was es mit Ranglisten à la Pisa eigentlich auf sich hat. Die gute Nachricht zuerst. Endlich wurden die 4 Millionen volljährigen deutschen Analphabeten und die allgemeine Massenverblödung zum Thema gemacht und Lesen und Schreiben als Bildungsziele anerkannt. Dass fast jeder vierte 15-Jährige selbst einfachste Texte nicht lesen und verstehen, sowie allenfalls auf Grundschulniveau rechnen kann und dass in keiner anderen großen Industrienation die Schere zwischen guten und schlechten Schulen und Schülern so groß ist und immer größer wird, wurde es durch Pisa amtlich. Die schlechte Nachricht? Das Pisa-Ranking besitzt eine ähnliche Aussagekraft wie Kerners »Unsere Besten« und ist Ausdruck einer allgemeinen Ranglisten- und Bewertungshysterie. Nur folgerichtig jedenfalls krähen die Kreter und Pläter von den Dächern ihrer PCs, dass Finnland im Ranking top ist. Aber kaum jemand weiß, was genau die finnischen Schüler besser können, was eine Lesekompetenz von 2,19 im Vergleich zu 3,16 bedeutet, und wie man 0,1567 Punkte Rechenkompetenz aufholen kann. Kurzum, auch diese neoliberale Pseudoexaktheit landet wieder bei Norbert Blüms Lieblingshähme über die neoliberalen Rechenfanatiker. Karl liebt Maria 3,7 Mal mehr als Erna. Und genau genommen löst die ja nicht die beständige Verblödung den Pisa-Schock aus, sondern die miserable Platzierung. Deshalb geraten auch bei der bloßen Frage was ein Abiturient können muss, ein Realschüler aber nicht, die meisten Bildungsexperten ins Schwitzen und Stammel. Es eilt ja auch nicht, da ja offenbar selbst die primitivsten Voraussetzungen für irgendwelche Verbesserungen verweigert werden. Weiterhin verlottern und schließen Schulen und Kindergärten, fehlen für halbwegs erträgliche Klassenstärken die Lehrer, von deren Ausbildung zu wirklich fähigen Pädagogen ganz zu schweigen. Das alles muss als gewollt erscheinen. Denn die ewige Ausrede der knappen Kassen ist in einem der reichsten Länder der Erde, das überdies die großen Einkommen, Vermögen und Erbschaften so sehr verschont wie kaum eine andere Industrienation, eine Beleidigung des Verstandes. Dass der Pisa-Schock keine soziale Bildungsrevolution ausgelöst hat, ist aber durchaus folgerichtig und zielstrebig. Schließlich ist Pisa kein Projekt des humanistischen Bildungsvereins, sondern der Weltwirtschaftsorganisation OECD. Und hier hat Wachstum, Liberalisierung der Finanzmärkte sowie des Handels mit Gütern und Dienstleistungen, außerdem Deregulierung und Privatisierung auf ihre Fahnen geschrieben. Auf Deutsch, nicht der Mensch steht im Mittelpunkt, sondern die Wirtschaft. Daher zählen hier keine hehren Bildungsideale, sondern der Beitrag des Humankapitals zu Wachstum und Produktivität. Der Politik wird vorgeschlagen, wie man Vorschulen, Schulen und Unis möglichst zweckdienlich und kostengünstig ausrichtet und damit natürlich auch die Staatsquote senkt. Und weil im Zeitalter der Globalisierung das Humankapital international flexibel und austauschbar sein muss, vergleicht man die nationalen Bildungssysteme mit dem Ziel der Einebnung, der Harmonisierung. Nicht zufällig wird auch beim Unterrichtsmaterial geschludert, dass sich die Pulte biegen. Als die Stiftung Warentest 17 Schulbücher untersuchte, 10 für Biologie, 7 für Geschichte, fand sie auf jeder fünften Seite einen sachlichen Fehler, in manchen gar auf jeder Seite. Die Bücher sind in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Baden-Württemberg im Einsatz und durchliefen ein strenges Zulassungsverfahren. Nicht besser sind die Geschichtsbücher, vor allem zum Thema DDR. So sind der Sturz Erich Honeckers, der Rücktritt von Egon Krenz und die Ausbürgerung von Wolf Biermann allesamt falsch datiert und Günter Schabowskis historische Worte auf der Pressekonferenz am 9. November 1989 zur Öffnung der Mauer werden als wirre Mitteilungen bezeichnet. Besonders kritisierten die Tester, dass die Entwicklungen der Planwirtschaft unvollständig dargestellt, die Rolle der Frau in der DDR ganz knapp beschrieben und Aspekte der Arbeitsbelastung ausgeklammert würden. Urteil der Stiftung Ein Geschichtsbuch hat die wesentliche Aufgabe, den Schülern historische Sachverhalte aus unterschiedlichen Perspektiven nahezubringen. Die Reduktion auf eine staatstragende Darstellung wird diesem Anspruch nicht gerecht.